Psycho Cat Äh, what? What? Moment, ich hab das Tutorial gemacht. Was war das denn jetzt für ein komischer Schein? Scheiße, warte mal. Okay. Okay, okay, ich verstehe. Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Okay, doch, das verstehe ich wohl. Pass auf. Es ist ein sehr, 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 sehr kleines Arkadespiel. Ja. Für 99 Cent entspannt bei Steam zu haben. Okay. Und, oh, es geht hier darum, diesen, diesen Sachen aus... Wow. Es geht hier darum, diesen Sachen auszuweichen. Ja, ich kann halt nach unten drücken. Ich kann nach links und rechts drücken. Hä, was? Oh mein Gott. Nö. Und, äh, offenbar hat das Spiel... Fuck. Offenbar hat das Spiel sehr, sehr viel Spaß da dran, die Steuerung einfach zu ändern. Das war ein Tutorial, aber nicht so. Also, dass man quasi... Also, eigentlich muss ich nur einen Fall... Oh! Eigentlich muss ich nur einen Fallthaste links, rechts, oben, unten, um halt den Shit auszuweichen, ja? So, jetzt nach unten. Und jetzt nach oben. Oh mein Gott. Holy Shit. Aber, offenbar... Muss man zwischendurch was anderes drücken? Nein! Da hat es jetzt geändert. Also, man kriegt die Antwort nach 170 Sekunden... Fuck! Mein Brain! Nach 180 Sekunden, so. Kriegt man... Wenn man 180 Sekunden lang diesen LSD-Trip... Fuck auf! Diesen LSD-Trip überlebt hat... Dann kriegt man die Antwort. So, warte mal. Jetzt muss ich so... Nach unten ist immer noch nach unten, ne? So, jetzt ist alles wieder aufgehoben. Nach unten. Jetzt nach rechts. Okay, alles cool. Alles cool. Ich weiß nicht, was diese komische Katze genommen hat. Die keine Beine hat. Zumindest sehe ich keine. Und einfach nur fucking crazy ist. So, jetzt ist alles gedreht. Oh nein! Ich Idiot. Oh mein Gott. Also, wie gesagt, 99 Cent oder 90 Cent bei Steam. Ganz entspannte Gesch... Das würde sich... Oh nein! Das würde sich vielleicht auch fürs Handy anbieten. Ich frage mich, ob es das für Handy gibt. Ich bin so... Die Steam... Weißt du, wir nehmen immer um 10 Daily Shit auf. Okay, jetzt ist alles geändert nach oben. Ja, genau. Und ich bin heute aber früh wach geworden, weil ich Termine gemacht habe. Jetzt... Nein! Weil ich Termine gemacht habe für Probenfahrten. Beziehungsweise dann noch teilweise auf dem Rückflug warte. So, jetzt nach unten! Und jetzt haben wir... Viel... Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit übrig gehabt. Da dachte ich mir, was gibt denn da ein neues auf Steam? Und dann habe ich dieses Spiel gesehen nach mir. Alles klar! Hä? Was? Okay. Habe ich alles richtig gemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher aufgebaut. Habe ich alles richtig? Moment, ist jetzt gerade... Jetzt ist oben unten verdreht. Hä? Ist es gerade Buggy? Wieso... Wieso... Oh nein! Ach du Hurenkind. Oh Mann, ey. Ey, wer kommt bitte auf so einen kranken Scheiß? Ich weiß, die Buggy ist da eigentlich ganz geil, ja? Aber jetzt nach oben drücken. Hä? Nein! Hä? Achso, nach unten drücken ist ja verdreht. Okay, jetzt nach unten drücken. So, und jetzt nach oben drücken. So, jetzt ist alles verdreht. Das heißt, jetzt nach unten drücken. Jawohl! Und nochmal nach unten drücken. Jawohl! Und nach oben drücken. Höh! Oh! Und nach oben drücken. Boah, jetzt langsam komme ich rein. Nach unten drücken. Jetzt ist alles verdreht. Nach oben drücken. Ich habe schon 30 Sekunden überlebt. What? Wie soll man denn das alles überleben? Okay, jetzt ist nur noch oben und unten. Das heißt... Oh Leute, jetzt habe ich zu früh gedrückt. Doch fick doch deine Mutter, ey. Das gibt es doch nicht. Okay, Sprung! Oh, Sprung! So, und... Hä? Ach, sch... Hä? Ne, Moment, hä? Sprung. Achso, ja genau, rot ist ja... Nein, nein! Okay, verdammte Scheiße, ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Find the end. Ich will das jetzt hier mal geschafft haben. Ne, oh mein Gott. Ja! Ich muss mich jetzt hier konzentrieren, das kann nicht wahr sein. So. Ha, 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 ha! Oh Gott. So, ich muss das mir, glaube ich, erzählen. So, jetzt ist nur rechts, links. Das heißt, ich kann jetzt hier nach oben drücken. Jetzt ist alles. Das heißt, ich muss nach unten drücken. So. Ausgewichen. Jetzt muss ich nach oben drücken. Jetzt ist nur nach oben und unten. Das heißt, ich muss nach oben drücken. Jetzt muss ich wieder nach oben drücken. Und nochmal nach oben drücken Jetzt ist alles wieder normal, das heißt ich muss wieder nach oben drücken Ha, okay, jetzt habe ich wieder 30 Sekunden geschafft Jetzt kommen wieder die More Obstacles Okay, jetzt muss ich nachdenken Oben unten ist geändert, das heißt nach unten drücken Jawohl, das heißt nach oben drücken Das heißt, soll ich jetzt ausweichen Nach oben drücken, nach unten drücken Und alles ist wieder normal, nach oben drücken, nach oben drücken Geilo Nach unten drücken, nach oben drücken Boah, das hilft mir so krass, wenn ich das einfach sage Keine Ahnung warum So, jetzt ist oben unten, nach oben drücken, nach unten drücken Nein, jetzt habe ich schon voll gedrückt, bei wie vielen Sekunden war ich Oh nein, das war eigentlich voll gut Okay, das war voll scheiße Moment, starten wir bei 145 Sekunden Doch nicht bei 180 Sekunden Okay, jetzt kommt Triad Modus hier So, nach oben drücken Ja, jetzt ist alles wieder aufgehoben, alles normal Alles gut, nach unten drücken So, ich muss nach unten ausweichen Jawohl, ist euch schon schlecht beim Zugucken, ja Vorher gab es so eine Seizure Warnung Ja, das heißt, wir waren Jetzt ist alles geändert, ja Okay, das heißt, wenn man Wenn man irgendwie so crazy ist Mit so komischen Anfällen Dann ist das ein Problem Umdrücken So Das heißt, der guckt jetzt besser weg Wuhu Das war cool Okay, alles wieder auf Nein Och Ist das so schwierig? Das kann ja gar nicht wahr sein Gibt es da einen einfacheren Modus? So, einfach dem steht jetzt ausweichen Jetzt ist alles verändert Okay, kriege ich hin So, easy game Easy jetzt nur noch oben drücken Oh Oh Ich frage mich Ist das unfair das Spiel? Nee, oder? Bisher ist es nicht wirklich unfair Ich bin einfach nur unfähig, würde ich sagen Ich weiß ja nicht, wie es in den letzten 20 Sekunden oder so wird Weil ich so bis dahin ja noch nie gekommen bin Ja, fuck off ey Wieso hat sich denn auf einmal der ganze Shit geändert? Okay, oben und unten ist verändert Guck mal, ihr merkt schon Ihr merkt, wie ich reinkomme, ja? Wie ich hier reinkomme So, alles schön easy ausgewichen Das finde ich noch am einfachsten tatsächlich Oh wow Ich wollte gerade sagen Das finde ich am einfachsten Wenn nur oben und unten verändert ist, so Weil Ich finde das verwirrend Wenn sich der ganze Shit immer so dreht So, jetzt ist alles wieder aufgehoben Das muss man sich ja auch dann immer merken So Jetzt ist oben und unten Okay Und dann dreht sich auch Habe ich das Gefühl Fuck Habe ich das Gefühl, dass sich manchmal der Shit dreht Und manchmal nicht? Mir bin ich sicher Wuuu Äh Wuuu Runter Okay, alles aufgehoben Sprung Und runter Ah Und nur rechts links jetzt Äh Nein, nur jetzt rechts Oh Gott Ey, ohne Spaß Das ist für's Brain Sowas von kompliziert Vor allem, wenn man weiß Das hat einem gerade Leute zu schauen Okay, nach unten Easy game Easy game Alles wieder aufgehoben Alles wieder aufgehoben Alles wieder normal Ich kann wieder Ich kann wieder normal machen Okay Und jetzt ist oben und Um unten ist wichtig jetzt Hm Hm Alles normal wieder Unten Okay Alles normal wieder More Obstacles Wir sind bei 150 Sekunden Ja, okay Jetzt ist rechts links Das heißt Nach unten drücken Das heißt Nach unten drücken So ausweichen Springen Hua Jetzt ist alles geändert Hua Ah Okay Noch easy game Noch easy game Noch easy Hup Wie gemein Das habe ich überhaupt nicht richtig gesehen Okay 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 Entspannt bleiben Peter Ganz entspannt bleiben Alles geändert Alles geändert Immer nachdenken Immer nachdenken Bleib bei der Sache Bro So Rechts links verändert jetzt Okay Okay Ich weiß nicht Wie ich das gerade Ich glaube das war ein Bug Gerade Dass ich das ausgewiesen Eigentlich habe ich falsch Gewinnt Okay Alles geändert Zack More Obstacles Wir sind wieder bei 150 Sekunden Okay Ihr dürft euch echt nicht auf die Mitte Konzentrieren Ihr werdet ja wahnsinnig dabei So Jetzt nur nach oben Unten geändert Wichtig Okay Okay Ich sehe schon Nein Oh Oh nö Das ist doch schade Rechts links ist geändert Okay Okay Alles ist geändert Okay Und hoch Und hoch Und oben unten ist geändert Ausweichen Hoch Runter Oder konzentriert euch mal Auf die Mitte Leute Bei dem Ding Vor allen Dingen Wenn es gleich schnell wird Jetzt Wuuu Okay Nur oben unten Jetzt habe ich es doch Wir gesprungen Das ist voll schwierig Einzuschätzen Wenn das so weit Auseinander ist Peter Runter 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 Ja Ja Alles ist gerade Geändert Geändert Scheiße Nein Okay Rechts links ist geändert Dann heißt es nach unten Dann heißt es nach oben Dann heißt es jetzt nach oben Weil alles geändert ist Okay Okay Ich habe gehört Damals Wenn man bei Oh fuck 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 Doch Off Ich sollte mir das Mitschreiben Aber das ist schwierig Okay Oben unten ist verändert Und unten ist verändert So Alles ist verändert Alles ist verändert Peter alles ist verändert So ja Jetzt nur noch rechts links Das heißt du musst jetzt nach oben drücken Ja Sehr gut Peter Komm schon Peter Und Yeah Eines Felses Würdig So jetzt wieder Irgendwie erinnert mich das immer in die Augen Von der Schlange aus Dschungelbuch K K Hieß die K Hieß die So alles wieder Und jawohl Und was kommt danach Wir sind bei 130 Sekunden Nein Spring Okay Oben unten ist verändert Oben unten ist verändert Spirals Was Das finde ich jetzt gemein Wir waren erst mal 120 Sekunden Und dann kam der Shit Den wir gerade zum ersten Mal gesehen haben Wie peinlich ist das denn Okay alles wieder cool Bis da schaffen wir es jetzt wieder Ich will nochmal die Spirals sehen Bros 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 Runter Hoch Und so Okay alles wieder normal Runter Hoch Okay Oh Gott Das war Oh Buh Das ist nix für Leute Die mit Frust nicht gut umgehen können Ohne Spaß Ohne Spaß Ohne Spaß Junge Okay Okay Easy Easy game Easy game Und wieder alles normal Ganz normal Rechts Links Oben unten Alles wird schnell Ich werde wahnsinnig Die K-Augen sind wieder da Okay Oben unten verändert Easy Roll Oben unten ist immer noch das Was verändert ist Jetzt ist alles verändert Okay Das ist doch Bullshit Ich kann nicht zweimal schnell Hintereinander nach unten drücken Weil ihr dann Weil ihr dann quasi beim Einmal Das nicht mehr macht Ach Mennu Hä War alles verändert? Okay Mein Brain Okay Um unten Ich muss es mir echt sagen Um unten Normal Und Und Jawohl 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 Ach Ich bin einfach Göttlich Alles ist verändert Alles ist verändert Peter Denk dran Denk dran Alles ist verändert Okay 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 Jetzt ist nur noch Links Rechts Verändert Okay Fuck Scheiß die Wand an Alter Okay Rechts Links Ist verändert Deswegen ist das hierfür Jetzt gerade Kack egal Ja Ja Jawohl 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 Jetzt ist oben unten Verändert Kriegen wir hin Kriegen wir hin Kriegen wir hin So Jawohl Ich hätte gerne echt nochmal die fucking Spiel Alles ist geändert Peter Alles ist geändert So Jawohl Wuh So Jawohl Nur noch oben Unten ist geändert Fuuuck Okay Ein letzter Last try Last try Hard try Hier meine Freunde Last try Hard try Rechts links Peter Rechts links Ist verändert Alles ist verändert Hoch Puh Da hätte ich gerade fast das Falsche gedacht Okay nur noch oben unten Nur noch oben unten Alles klar So Das heißt hoch Alles wieder normal Das heißt runter So wieder more obstacles So dann müssen wir jetzt 30 Sekunden durchhalten Hoch runter So So Das heißt ich muss jetzt hier hoch drücken Nochmal hoch drücken Höh Und alles wieder normal Das heißt hoch drücken Runter drücken Hoch drücken Hoch drücken Hoch drücken Nein Okay ein last try geht noch Ein last try geht noch Hoch drücken Rechts links Ist verändert Okay das wird das erste Mal jetzt hier egal Das heißt so Alles ist verändert Das heißt so So Und rechts links ist verändert Easy game Das heißt noch unten Mittlerweile finde ich Das hat noch nicht Okay ein last try geht noch Komm schon Komm schon Komm schon Und jawohl Und jetzt nach unten drücken Ja genau Richtig Und jetzt Und nach oben drücken Denn es ist ja nicht mehr verändert gewesen So Und nach unten drücken Jetzt rechts links Ganz wichtig Zack 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 Alles ist normal Alles ist normal Moobstacles Jetzt geht es wieder ab Wuuu Um und Um und es verändert Penal Das heißt so 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 Ich Das Spiel hat auch nicht viele Einstellungsmöglichkeiten Man hat ein normales tutorial Ein advanced tutorial Was ich jetzt nicht gemacht habe Die credits und quit Was passiert eigentlich wenn man quittet We want to quit Yes We want to find the answer No Hä No Yes Did you find the answer Yes Ach Alter 4 Und weg ist es Danke fürs Zuschauen Äh Wie hat es euch gefallen Bis zum nächsten Mal Und rein Und rein